das Steiner Euro überall und so kack schnell abgehört sicher gar nicht hier scheint Sackers zu sein, das gefällt mir schon mal, weil Sackers heißt, damit muss ich nicht mehr hin Eter Stein war ja auch nirgends, oder Eter Quarz und so ein Loch reingesprungen, wo ich hier einfach nix sehe weil da unten war so ein Kekilhaber Redstone, yeah Soll ich kein Redstone tun, soll ich fucking Dinge Ich schaue jetzt mal, ob ich hier So ein Fall ist es auch wieder nicht Diamanten zu finden Ich würde so wie alt Ich würde das nicht anders machen Das pisst mich an, Alter, ich kann nichts Ich kann im Netter halb ich keinen scheiß Mini mehr Die sehe ich da, das sehe ich einfach nur grau alles bei mir Ja, finde ich nochmal Ich würde, ich würde das anders haben Ich glaube 35 übrigens Cool Ich habe hier gerade eine künstliche Höhle ausgehoben Du sollst gar nicht die Höhle aussehen, das ist als Diamantenform Ja? Bei was habe ich dich eigentlich eingestellt? Haha Ah, hier steht mir ja nicht der Zeug Boah, da geht jeder runter irgendwo So Wäsch mal alles weg Gibt XP Minus Points Alter, wie du Leveln kannst hier? Nee, da mit dem Zeug Das ist wahrscheinlich überall Und es gibt... Es gibt jedes Mal XP Zwar ein bisschen weniger, aber es ist so viel Zeug wie hier ist Das ist mir ziemlich wurscht Da ist wieder Lava Schneller Mehr Wuuu Bis du Diamanten gefunden hast, spielt ich schon Level 60, Mann Mhm Kann gut sein Ich bin jetzt schon 36, vielleicht Ich höre mich selber Gerade ganz kurz, aber jetzt nicht mehr Ich hab' ich gerade nach vorne geholt Alter, ich brauch'n Neter Fortress Ich werd' vielleicht tue ich schnell mit Shaddamut ausstellen Ich hab' la pussion Kannst du irgendwie ausstellen den Shaddamut? Oh ja, klar Mit Shadows Und dann Und dann Und dann Ja Und auf einmal sieht man übel weit einfach So Shaddamut ist für kurze Zeit alt Und ich hab's Alter Oh, die Shaddamut hab' ich dauernd 60 Frames per Second Der zieht halt schon richtig Ja Ist das übel, Alter Hätt' ich bloß nicht drauf installiert Da könnte ich jetzt immer mit 60 Frames per Second rumlaufen Nein, ich darf nicht so lange rumlaufen, sonst scheiß ich den Mod nachher Boah Boah Boah, was auch Nein, warum? Ich musste wegen dem Mod extra meine Grafiker deaktiv werden, ja? Ja, aber, also Ich glaub' Oh Gott, warum hab' ich das getan? Ich hätt's nicht tun sollen Ich hätt's nicht dumm stellen sollen Ich hätt's nicht dumm stellen sollen Jetzt werde ich die ganze Zeit über den Mod ablöstern Ne, der ist trotzdem noch cool, aber man muss sagen, äh Man muss halt hier nur spielen, wenn man einigermaßen gut PC hat Weil ich hab' jetzt eigentlich schon einen ordentlichen Und trotzdem wirst du mich hauen Ich will gar nicht wissen, was krank hat Mh, der verdient Geld nicht mehr Der hat bestimmt'n super Mh, egal, hyperduper Pro Hyperduper, wenn er halt nicht Hyperduper 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 So, wo... diese Schindungs und Netherfort Oh Gott, ich find' ich so überhaupt noch zurück Ne, man ist doch immer ich ziemlich in der Nähe, oder? Um Spawnpoint Mh, ne Ich hab' immer stundenlang gesucht, teilweise Also bei mir, ich find' das immer ziemlich schnell nochmal Fuck, ich glaub' ich find's dann nicht mehr zurück Und ich hab' schon kaum noch was zu essen Ich hab' ah, jetzt weiß ich auch alles vergessen, ab Essen mitnehmen Ich bin auch ein bisschen ungewandt Ich hab' immer am Anfang Aber Nion Level 30 Fertig Einmal gebraten, das ist wie nur fleisches Feuerwerf Das ist gebraten Ja Echt jetzt? Oh Gott, ich hier irgendwo Gas durch mich schießen Ja, solange es nicht verbrennt, dann wird gebraten Okay Du musst sie doch werfen, glaub' irgendwie Aber theoretisch funktioniert Muss erst mal zurückfinden, Alter jetzt endlich hast du dann endlich den lavasee gefunden das sind ziemlich wahrscheinlich jemanden auch vorhanden Redstone jährlich zu verpacken ich hätte es war doch vorwärten Schofar Streichhorten ein der Verbreitet all aber er muss ist doch mehr offen Du musst es durchwerfen, dass das andere Seite wieder rauskommt. Ja, ich probiere es, aber es klappt nicht so ganz. Ich bin jetzt schnell zurück in die normale Welt. So, ich lasse jetzt kurz den Schilder mal draußen, bis ich den Netherfault aus gepostet habe, Leute. So viel Frames per Second. Ja, es sieht halt schon ganz anders aus, wenn man das nicht hat. Das sind nicht mehr so ganz cool. Ja, aber die wollen, wenn ich die Liebe machen, unsere Kühe, das ist nicht gut. Mit Level 38, du? Zehn. Okay, cool. Ja, cool, ich würde dir gern was geben, aber leider ist keine zweite Kuh da zum Paar. Das ist für mich böse. Oh Gott, ich bin zu langsam. Ist aber gut, weil so können wir immer die Nacht überdauern, wenn ich Netherfault rumgabbel und gabelst in der Höhle und... So, nahrung tierisch fress ich einfach ein bisschen nicht rein. So. Oh, das geht wieder weiter. Hä? Wir wollen mich echt verarschen. Was denn? Ist keine Diamanten hier. Haha. So. Äh. Ich war fort hier draußen irgendwo. Die Richtung. Äh. Äh. Ich will den Shadow Bot nicht mehr. Der hat so viel Zeug. Ich hab mir jetzt gedacht, dass ich den Shadow Bot vielleicht rausfahre, dass ich vielleicht dann 10 Frames oder so mehr habe, aber... ... mit 40 hat jetzt nicht gerade gerechnet. Aber er sieht so cool aus. Ja, draußen lasse ich ihn, weil da sieht der echt cool aus. Aber im Netherfault wechsle ich dann immer zu. Non-Shader. Geht, da bringt's jetzt ja auch nicht. Ja, nicht so viel zumindest. Also du siehst mich eh nicht in Netherfault. Also ist der gerade dort wurscht. In Höhlen eigentlich auch nicht, aber ich lasse ihn trotzdem drin. In Höhlen lasse ich ihn auch. Boah. Da verdunkelt alles so schön, da siehst du gar nichts mehr. Ja. Da bin ich gerade auf 90 Frames geht, obwohl ich eigentlich auf Frame-Log drauf habe. Das ist gar nicht, wo ich sich gehen darf. Ähm. Ich find kein Fortress, Tobi. Ich find kein Fortress, Tobi. Ich find auch nie wieder zurück, wenn ich noch weiter laufe, Tobi. Ich bin egal. Ich hab dir, Mann. Spitzacken dabei. Tobi. Was? Du Speidel dabei, oder was? Ja, klar. Du hast ständig dumm. Lassst du mich retten, komm schon. Kann ich ein Nether auch Stingpoint setzen? Ja, ich glaub schon. Verdammt. Das hätte ich vor machen sollen. Ich steck's retten mal ab. Das geht. Waypoint. Add. Fug. Okay. Ja. Kann man. Dann laufe ich doch nochmal schnell zurück. Das ist jetzt wieder ein Waypoint. Nur zur Sicherheit. Lalalala. Ich werd so sterben hier drin. Ich werd so sterben hier drin. Ich werd so sterben hier drin. Ja. Ja. Da hinten das Portal. Portal. So jetzt. So jetzt. Und jetzt. Und jetzt ein Waypoint setzen. Ähm. Waypoint. Edge. Portal. zurück so ich auch grün ich weiß dass ich den anderen aus mann ich kann die farben ändern ich will rot rot ist gut okay auf geht's mit der fort ist das schon gast daher gar nicht verpäscht ich habe kein shirt dabei doch ich habe es dabei konnte ich gar nicht mehr werden wenn ich mich nicht bewegt kein gas zeichen das trocken ja das tränen und ich brauche tränen ach ja die hier ist das sogar kopf der folgte ich meine warte gar nicht um ein bogen und verpäscht ich ich habe stupft L die bauten eigentlich so und so an ambos das heißen ja ich ich meinte wie genau keine Ahnung ich habe ihn nie gekraftet ich check das mal ab ist okay so auf jeden fall nicht das war das gerade und ich mache wieder eine kurze pause jetzt schon wie wir den schluss am boss kraftet bis gleich und das sind wir schon wieder und ich kraft jetzt schon den am boss hier auch wenn er so teuer ist macht nicht was nicht weil erstens der am boss die sachen wo man da der geht voll schnell kaputt und zweitens das was man da mit dem machen kostet übel viel Erfahrung zu machen es ist macht nicht und der kostet so viel Ressourcen der Kostow Eisenblöcke oder und richtig viele er so weisen haben hier erstmal gar nicht doch ruhig nein aber macht's bitte nicht ja ich habe ich lasse es ja chill doch mal ich habe jetzt den bogen geholt du brauchst deine level 30 zu spät das hast du gekriegt ich finde die bloß 1 und power plus 3 alter so schlecht naja ein spielbosch two hitdown und die kann sich mal voll durchspannen ich bin wurscht ich brauchte gegen die gas alter ich kann die nicht hauen mit dem schwert ach du bist tot ach du bist tot nein no grabbar lol wie mir das so gelegt warte koordinaten märkten 211 237 du hast ein deathpoint alter nein hab ich nicht aktiviert alter ich hab die gas gewonnen hittet mit dem bogen das hat so gelegt alter wischig verarschen das hat so gelegt ich habe zwei tränen von einem gast hihihihi da muss ich halt den chatter mal draus bashen alter so wir gehen jetzt wieder da hoch da wo ich vorn war schon dass da nicht ob da nicht vorschuss kommt komm schon wieder drückt bämm ab es gibt es doch nicht warum lebt ist so ein schön schwul schwul weil man war ich tot ich hatte bei mir noch fünf lehnen ich hab ein super starker zombie so der hat mich one hit mit fünf lehnen tot ja der hat super starker zombie so der anführer zombie so ich brauch ein later fortress wow lava fälle die sind geil aus ich hab eins ich hab eins bämm fotos gefunden waypoint options ne warte m so macht die kirche schnell rauf ich hab nur fünf minuten was ich hab nur fünf minuten sonst dispawn meine items soll ich machen was soll ich machen ach du sollst gar nicht machen du sollst die legs weg machen kann ich nicht wie komm ich da jetzt runter oh 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 ihn zu sterben mach die scheiß kirche der jetzt auch kann ich nicht ahhhh wie komm ich an das fortress hin alter ist die frage jetzt alter wirst die kirche dir auch das sind meine items schon weg verdammt alter das fortress ist gut geschützt ich hatte so viel gutes zeug dabei ja der war schon auch kein jemanden also triss mich auch nicht hatte ich schon ne ja das du nicht lol ach ich reparier ich nachher das war ein klick bei unserem haus ach Gott oder warte mehr kurz solange er keine Kirche steht zerstört ich reparier ich nachher ich hab ein großes Problem alter ich weiß das war ich weiß nicht ich weiß ich weiß nicht